Brot weglassen und Fleisch. Ja genau, immer so ein Brot mit viel mehr Fleisch, aber da wird er das Brot noch weglassen. Ey, warte mal, wie sind's doch jetzt bei KFC? Könnt's mir bitte mal Fleisch in Bacon einwickeln und geben? Ey, das ist doch jetzt der neue KFC-Burger. Der Double Ass. Der ist einfach ohne Brot. Wie heißt denn der KFC-Burger? Halt die Fresse. Ah, okay. Halt die Fresse! Halt die Fresse, Burger. Was sag' ich dir, wenn du dir einen leisten kannst, Chris? Kann man hier immer noch rein? Ist er ein Leistenbruch? Ist er ein Leistenbruch? Ist er ein Leistenbruch? Der Chris ist immer Bruch. Es gibt keine Zeit, in der Lennung. Lass' mich mal hier rein. Lass' mich mal hier rein. Der hat gerade geschwungen hier. Lass' mich mal hier rein. Dug dich mal, ich will da rein. Ja, dug dich. Ich will da rein. Lass' mich mal hier drauf springen. Mann, lass' mich doch mal hier rein. Was hast du denn? Warum hast du gerade René... Warum? Weil der mir die Tür auf den Kopf gedonnert hat zum Zweifel. Du hast nicht mal HP verloren. Wow! Ich hab ihn gekillt. Alter, warum hast du René einfach umgebracht? Du hast... Du hast... Du hast healthy. Okay, alles klar. Das war eine Ansage, endlich mal. Ich wollte gerade abdrücken, du Sau. Alter, Chris, ohne Witz, du hast nicht mal HP verloren, Alter. Natürlich! Du warst healthy. Du warst healthy. Du hast ihn einfach... Du hast ihn einfach getötet, obwohl du... Weiß ich nicht, 98 HP hattest. Du hast ihn einfach getötet, obwohl du 98 HP hattest. Ach, klar, halt die Fresse. Du hässler, ne. Oh Mann, ey. Was für... Maximale Hassrunde, wirklich. Ach klar, halt. Anthony, du gehörst ins... Anthony, mach... Mach klar weg, Anthony. Okay, okay, okay. Aber dann der gesamte Hirn macht... Hä, das war kein Headshot? Das war doch ein Headshot. Ja, ja. Ich glaub, dieser... Ich glaub, dieser Speck-Tony ist es, oder? Der Speck-Tony? Nee, ich würde in Gedanken schreien, da. Speck-Geburt. Speck-Geburt. X-D. E-Grill. Du bist ein richtiges E-Girl, oder? Schantau? Machst du eigentlich... Magst du eigentlich auch diese E-Girls? Oh ja, geil. Übrigens, ne, lustige... Lustige Geschichte zu dem E-Girl. Jemand wollte sein Emote E-Girl nennen, und das war zu... Sexistisch und wurde abgelehnt deswegen. Weil es E-Girl heißt. Aber der Typ, der das gemacht hat, ist doch der übelste Lappen, Alter. Ja, natürlich ist er ein Lappen. Die Giant-Mock heißen, wir angenommen. Ähm, Schantau? Ja, oder, oder das Mod-Emote von Sodapoppin, mit der schönen Nazi-Bandage. Blasen ist kein Fensterdien. Das ist richtig. Das stimmt ja auch, seit ihr euch mal seid. Das hat damals der... Dallai Gandhi, Dallai Gandhi, schon gesagt. Dallai Gandhi. Was ist denn hier mit... Was ist denn hier mit, äh... René? Ja, warte. Wettgebet. Ich weiß nicht, warum rennst du nur mit das Scheiß-Dings rum? Chris, lebst du doch? Chris, Trude? Ja, ich lebe auch. Chris, geschubst, Tom. Du, du, it's a remake. Du, 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 du. Das ist echt cool. Du, du. Guck mal durch hier. Das ist echt ein cooler Sound. Alter, ich hab irgendwie Angst, weil hier Chantau... Äh, Anton abseits steht. Wo ist Anthony? Ich bin direkt neben euch. Anthony, bist du es oder bist du es nicht? Bist du es nicht? Anthony, ich hau dir jetzt das Wort an den Kopf. Bist du es oder bist du es? Bist du es? Komm hier rein, komm hier rein, komm. Dies kommt, Chris. Ab geht's, Alter. Hä? Wer hat denn hier geschrieben wie so ein Mädchen? René? Hallo? Der noch? Oh mein Gott, hier liegt jemand. Hier liegt jemand. Der liegt ja, wenn das Anton ist, dann töte Chris. War das René? Chris liegt hier. Hast du Traitor? Oh mein Gott. Äh, töte Anton. Okay. Ja, wo ist der denn? Ja, das wüsste ich auch gerne. Anton oder Chantau waren bei Chris. Hier liegt noch ein Perrick. Alter, hier noch ein Perrick. Womps. Boah, hab ich den Schatau genervt. Wo hast du denn Schatau? Vor allem wie ich, wie ich auch instant den Chris wegrotzt, wenn Schatau dem Anthony wegrotzt. Ey, oh, ist geil. Will, wir, wir gehen dann freiwillig auf den Call ein, komm mal mit in die Smoke hier rein. Hä? Junde, was erwartest du? Ich hab doch vorher noch gesagt, dass du mich nehmst. Ja, ich weiß, aber es haben die anderen da hinten gekauft. Der, der, der Anthony schreckt auch in meinen Vans ein. Wenn jemand sagt, komm, ich hab Füßigkeiten. Alter, wird sofort eingestiegen. Oh, warte mal. Heutzutage sind doch Free WiFi. Naja, stimmt. Da war ja was. Für Pokémon GO, ne? Ja. Ab geht's. Alter, mein Emote wurde approved, Harry. Oh, ne, Alter. Cleared is Igay, oder was? Ne. Cleared is Igay? Cleared is Igay, hä? Cleared is Igay. Hast du einfach nur mit 6? Ja. Cleared is 6. Und was sind 1,2,5? Boah. 6. Jetzt versteh ich das erstmal. Bist ja echt lustig vom Tag aus, Mann. Nix! Hör auf! Geh dich noch mal, Junge! Okay. Was macht ihr denn? Was macht ihr schon wieder für dreckige Scheiße? Hör doch auf! Was macht ihr denn? Du stehst einfach so da dran. Ich glaube, der Cleared ist es. Der kann sich so und so Dinge reinpacken. Ich mach gar nix. Ja, guck! Was macht ihr denn schon wieder? Hä? Versteh ich nicht. Schon wieder einer tot? Ja, ja. Cleared, äh, Chris wahrscheinlich. Ja, Chris ist hier bei mir. Willst du die? Ich möchte ein Tau. Was hast du für deiner Verteidigung zu sagen? Alter, Cleared, kannst du mal aufhören damit, äh? Ja. Jo! Der ist es nicht! Ah! Oh mein Gott! Äh, nein! Erik, oder? Oh, hier liegt jemand. Jo, was? Oh, René! René wurde gekillt. Es ist Chris! Es ist Chris! Ja, ja, es ist Chris! Alter, Beide! Gleich soll's wohl da brechen! Bamm! Bamm! Ja, ich hab' völlig und ich... genau die gleiche Idee. Cleared schreift! Du guckst immer beide mit einem Knife! Vor allen Dingen der Cleared schreift! Da muss ich den einfach nur wegstechen, ey! Den Bastard! Ja, ich wusste doch, dass du bist! Ja, ja, klar! Ja, natürlich! Hast du da durch deinen magischen... durch deinen magischen stinkenden Pimmel? Hat er dir das verraten, oder was? Boah! Da kam so'n Kuschakt hoch? Kommt noch hoch? Roter Geruch kam da hoch! Alter! Alter, Cleared! Alter, was stimmt nicht mit dir, wirklich? Deine Eltern hätten echt einfach mal... Weiß ich nicht! Fun Fact! Wir brauchen keinen Sound vor, da muss ich Modes machen! Die Modes vor allem nicht! Geil, René! Intelligenz-Bolzen! Schönerisch! Ich sag' Cleared stimmt jetzt insta durch René! Was habt ihr da eigentlich wieder gemacht? Chris und René, was habt ihr da eigentlich wieder verpasst? Du bist was zu dick, um die Tür aufzumachen! Halt! 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 Dein Maul! Jo, wer war dat? Äh... Tja! Chantaus trinkt wieder Rage Mode, Alter! Wer war das? Feuer! Au! Chris! I said fire! Worte Feuer in der Generation entfachst! To the rain! Alter, Chris! In einer Mondlandschaft! Ich war's nicht! Den fach ich nicht selber! Äh... Juge, ich seh... Alter... Chris ist es, das stimmt, Alter! Wenn ich gleich nicht mehr red... Ich glaub... Hey, ich bin doch da! Alter, du glaubst doch nicht so ne Scheiße! Chantau! Anthony ist es! Chantau! Anthony ist es! Anthony ist es hundertprozentig! Anthony ist es hundertprozentig! Ey, warte mal! Ey, bist du behindert? Ja, die Falle doch erstmal den Chantau! Danke! Oh, Alter! Anthony! Du haus'n Kot, ey! Wirklich! Hey, wie ist der Chris direkt, Alter? Alter! Ja, der Klo hat den ungebracht irgendwo! Der Klo hat den ungebracht irgendwo! Ja, ich dachte so... Na komm, nimm das mal ein Spade! Wenn der Perry schon sagt! Wenn ich gleich nicht mehr reden darf! Naja, du Haufen! Du hast doch gewusst, dass ich noch lebe! Du Stück Scheiße! Natürlich wusste ich das noch! Oh Mann, ey! Hä? Hä? Hää? 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 Alter, Junge, ey! Der ist einfach nur dezent übersteuert, ey! Wirklich! Mach es ja auch nicht laut! Boah, ich muss pissen wie so'n Elch, ey! Kann man sich dann auch in der Bahn halten, wenn man übersteuert? Oh, Alter! Oh, ey! Dann musst du gegensteuern, bis du untersteuerst! Arrrr! Jo, Anthony! Ist es soweit? Es ist soweit! Es ist soweit, okay! Aber du hast die bessere Shotgun! Nee, ich glaube nicht! Wir haben beide die gleiche Shotgun! Ey! Echte Männer bewegen sich nicht, du Pussy! Das ist, das ist okay! Das ist okay! Das ist okay! Dann hab wenigstens auch die Eier und bleib einfach mal! René, es ist! Chatao! Ähm! René, kauf grad! Alter! Ich hab gerade mal was gehört, dass Parry gestorben ist durch den Anton! René hat gekauft! Ja, das siehst du in deinem Ding, in deinem scheiß Traitor-Ding, Alter! Lappen! Nee, ist es! Wenn ihr René seht, macht den weg! Was glaubt? Nein! So, ne, tot? Ich wusste! Ich hab René umgekloppt! Nice, Alter! Schön! René war's! Ich wusste es! 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 Und los! Ich wusste es! Warte mal. Kenny S. Hä? Oh. Schaden, Alter, du bist voll drauf. Kenny S. Der gute alte Kenny, ja. Ich kriege eben beide die Pump-Gandade und in die Fresse, ey. Anton, ist gemein. Wusstest, als er den Teagle rausgeholt hat und auf dich geämmt hat, wusste ich, alles klar, mach's gut, René. Da war vorbei. Das wird übrigens, glaub ich, ich weiß nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, Subway werden immer so extrem kurze Runden. Weiß gar nicht, was du meinst. Warte mal, du wolltest doch Subway. Weißt du, ich geh zu Anthony und nicht nur ich werde weggerotzt, sondern auch instant Chris. Chris wird, stimmt einfach auch, sofort. Vielleicht weiß der Chris auch. Ja. Alter, hier ist irgendwie, das ist nicht so. Oh, das ist Party, Alter. Oh, nee, hier sind alle. Ich geh hier weg. Noch geht das gar nicht. Aha. Greeny Moon. Alter, wenn Puri geht zu Traitor und Baby hat. Ja, aber ich mach, ich, weißt du, der Ding ist halt, ich roleplaye. Nein. Ich hab einfach jedem Kopfschluss gegeben gerade. Keine Ahnung, ich hab nur Inus gekillt, oder? Nee, Clure hab ich noch gekillt. Oh Gott, ey. Chantau. Chantau, es ist ein Almighty 1v1. Ich hab einfach jedem von denen einen Klick gegeben, ey. Alter, Chantau, ernsthaft. Alter, du Fuchs. BAM! Alter, Chantau, ernsthaft. Wann, du redest einmal in Perryman. Mit dem Messer. Habt ihr gar nicht gesehen? Hinter dir war ich. Ey, sag mal Perry, sag, wann kannst du denn aimen? Ja, Junge, ich bin nicht in der umsonst H1Z1 Royalty. Klickt uns alle weg. Hauptsache, ich dachte mir schon so, komm, wenn ich rot bin, rotz du den Chris Instagram. Vor allen Dingen einfach, wie schnell das ging, einfach so nacheinander, so klick, klick, klick. Ach, ich komm, ich komm, ich komm, es wehrt sich nicht mal einer. Wir sind nur AFK mit umgerosten. Ich hab doch nicht mal gesehen, ob ich Inno oder Traitor war, ich war einfach direkt tot. Die Rote fängt an tot. Direkt, Alter. Ich hab mir gedacht, wenn ich rot bin, Alter, ist der Chris so tot, Alter. Bin ich jetzt rum? Rot bedeutet tot. Rum. Foddy for Rum. Für mich wäre einfach total unsicher, wer jetzt geschossen hat. Wer hat mir die Diebe weggesnackt? Hm. Warum kann man die Security-Tür hier eigentlich nicht aufmachen? Das ist echt schade. Warum kann man das nicht? Oh, mein Auge jubelt. Alter, wieso werde ich eigentlich jede Runde Inno, Alter? Klick, es ist. Wieso bist du schon wieder crewed? Ja, ich bin crewed, weil ich gerade, äh, Chantau, geh weg. Ah, warte, nee, warte, was muss ich sagen? Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker. Baby. Äh, Baby. Anthony. Oh, Chris, 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 Chris. Anthony ist es, glaub ich. Anthony und Chris. Das ist nicht übermittelt. Der war hier rechts. Ich hab keinem Leben zurückgelassen. Dann kann's ja grad, der muss fertig sein, ne? Ach, du scheiße, fertig ist das. Ach, scheiß drauf, Alter. Ich dachte, Röschteam. Äh, 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 äh. Alter, was sind das für Runden? Nee, wirklich scheiß drauf. Dann hol ich halt die Pappkart raus. Ähm, 30 Minuten, das war mal. Wir machen jetzt nur noch zwölf Minuten Runden. Wir sind übrigens, wir sind übrigens gerade bei 13 Minuten und wir haben noch eine Runde. Ja, dann lass mal, wie lang kann man das rausnehmen? Jetzt, jetzt machen wir maximal ein Roleplay, oder? Alles klar, direkt. Jo, ich faller eh hin und wenn ich weiter werde, ich weiß nicht schon, ey. Sobald, sobald irgendwas Grün oder Grün ist, schieß ich. Äh, äh, was? Der Faktor schießt ja immer. Ja, klar. Was, das stimmt ja gar nicht. Oh, das war ja auch. Ach, nee, René, echt? Schreibt ja nochmal weiß. Oh, je, jemand. Oh, ich hab mich gehauen, Alter, du Arschloch. Alter, bitte, hört auf, ey, echt. Nicht schon wieder, oh, nicht schon wieder Versammlung im Zug, ey. Nicht schon wieder Versammlung im Zug. Klova, Klova, Klova. Nein, geh weg. Klova, lass mich raus. René, lass mich raus, bitte. Warte, 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 Chris. Alter. Du Bastard. Wir müssen noch eine Smokin werfen. Warte, ich werfe noch eine Smokin. Das ist besser, gar nichts mehr. Alter, geh weg hier. Alter, ich bin Inno, geh weg. Alter, ich bin Inno. Alter, ich bin Sammoin. Nein, ich bin Inno. Komm, ich mal auf, dann kannst du reinhauen. Nicht, nichts, nee, nee, geht mal weg. Lass mal rausgehen. Aus, 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 aus. Ey, ich hab's bescheuert. Ich hab zwei Apelo-Affengesicht. René, hier, ich krieg den René. Vor allem wie René noch sagt Peric, Alter. Du Haufen Kot, ey, wirklich. Oh mein Gott. Das war doch die Bombe. Ey, ich lebe noch bei mir. Ah. Da hab ich dich gefickt. Ey, da war eine Bombe. Ey, der René eskaliert jetzt sofort. Alter, 14 Minuten. Can or can.